Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!! Ja, fokussieren brauche ich ja nicht mehr, ich weiß ja, wo wir hin sollen. Das ist echt zum Kotzen hier. Und wieder runter. Ja, ich glaube, ich sollte doch springen. Du hast es also hier in Fox River zu arbeiten, Battaglia. Nein, Sir, das tue ich nicht. Wirklich? Das ist schon so. Nein. Du hast es also hier in Fox River zu arbeiten, Battaglia. Nein, Sir. Das tue ich nicht. Wirklich? Das ist schon so. Auf jeden Fall soll ich da schon mal zack, 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 zack rüber. Du hast es also hier in Fox River zu arbeiten, Battaglia. Nein, Sir, das tue ich nicht. Wirklich? Das ist schon so. Du hast es also hier in Fox River zu arbeiten, Battaglia. Nein, Sir, das tue ich nicht. Wirklich? Das ist dein Job. Wie jeder andere auch. Dann bewegt deinen faulen Arschfleischklops. Was ist jetzt los? Was auch? Na. Und rüber. Jetzt steht da ein Wärter, so wie es aussieht. Bleibt ein Ja stehen? Nein, da steht sogar jemand. Ich hätte euch wohl nicht gesehen. Also es heißt oben leise sein. Psch, 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 psch. Psch, 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 psch. Nein. Wie der ein Tick zu schnell? Jump. Jump. Und hoch. Hopp. Oh, dass ich immer zu schnell bin. Jetzt fahre ich zu laut. Mann, 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 Mann. Die bemerken ja auch alles. Komm, eine noch. Ah, geschafft. Das Rettengift. Das Rettengift. Das Rettengift. Das Rettengift. Untertitelung des ZDF, 2020 Bloß leise sein. Ich war schon richtig, habe ich euch gesehen gehabt. Ich war schon richtig. Ich war schon richtig, habe ich euch gesehen gehabt. Nein! 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 Hä, wo sind die Wachen hin? Ah, shit. Oh, shit. Ich kann es nicht sagen, ich kann es nicht sagen, ich kann es nicht sagen. Oh, gesaft. Das Irrenhaus. Ach, scheiße, da stand jemand, den ich gar nicht gesehen habe. Ich sperre die Sicherheitstür auf. Ja, ich muss hier auf die Kamera achten. Oh, Mann, oh Mann. Geh ins Medikamentenzimmer. Und so krieg ich da mit. Oh, ein Kampf. Oh, Mann. Oh, Mann.